Hallo Leute und herzlich willkommen in mehr als YouTube-Sache, denn heute ist es wieder so ein Video, wo wir ein paar Sachen öffnen. Hier ein paar Sachen von Mikroballen. Ich baile euch vor, was? Gengel. Was hier haben wir nicht gekauft, das ist. Und das erste Dorfchen sind die Dorfbewohner von Mielekraft. Ja, und es gibt ein kleines Bild hinten. Mielekraft, Video, Blasch, Mies. Was ist das? Hier sind halt die Sachen. Öffnen wir jetzt mal an. Ihre riesige Nase, die Dorfbewohner. Die bisherigen Hals hier sind ihre riesige Nase. Sie kommt mit einer Arm draus. Oh, cool jetzt. Du kannst ihre Arme benutzen. Arme machen und ihre Kopf kann man nutzen. Es ist mega cool, wenn man ihre Nase bewegen kann. Um sie noch witziger zu machen. Du musst. Man kann ein rennendes Villager machen, Dorfbewohner. Und die Arme bräuchten. Du ein Objekt. Das werde ich in meiner Kollektion mal machen. Hier ist schon unser erster Objekt, den wir hier geöffnet haben. Das zweite Objekt. Ist das hier. Aber das werde ich nicht öffnen. Warum da braucht... Das wird in einer anderen Division sein. Warum? Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber es ist einfach nur ein Vulkan-Experiment. Ich habe viele YouTuber gesehen. Diese... 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 Äh... Äh... Wie heißt das? Experiment. Dieses Experiment zu machen. Mit dem Volkan. Du... Du... Äh... Und... Ich meine... Du und... Discover heißt er. Bei... Äh... Dis... Ja, egal. Ja. Und das hier ist für 8 Jahre. Gesagt für mein alt. Ja. Bis für 8 Jahre sehen wir. Das steht's nicht. Aber ich bin dir sicher, dass es für 8 Jahre ist. Wir haben auch sehr viele Sachen für Halloween genommen. Warum es wird langsam Halloween werden. Die Ferien gehen immer weg. Und den hier werden wir auch nicht öffnen wollten. Äh... Dann habe ich gelebt. Es ist zu schwierig. Und... Das werden wir vielleicht morgen einfach nur sehen. Und das hier ist... Jardin du Futur. Das ist für... Das ist für... San Francisco für 8 Jahre. Hier steht's. Und hier sind ein paar Objekte hier. Und sicherlich ist das hier ein Beschiss. Sicherlich will man nie dieses schöne Glas bekommen. Muss man alles selber machen. Man muss ja auch noch Öl mal machen. Wie ein kleines Stück ist so geschassig. Alter... Wie sag ich's in Englisch? Garden of Future. Ja. Auch hier? Also... Zeig mal bitte die Objekte, die wir geöffnet haben. Werden der Doppel oder der Vulkan. Und... Und der Future. Also... Das hier ist Blut. Aber das funktioniert so scheiße. Und geht gar nicht raus. Also... Wer nicht benutzt, ist so scheiße da drin. Dieses scheiß Blut da. Ich will uns nicht benutzen. Das ist so scheiße. Äh... Aber was wir noch haben... Die hier leuchten. Und... Zeig mal... Oh... Ja... Das hier... Der Spinnennetz, den wir gemacht haben. Ja... Ein Spinnennetz. Oh yeah, yeah, yeah. Also... Das hier. Das will ich gerne öffnen. Das war einfach... Ich dachte... Oh... Fass mich. Ich müssen... Oh... Das funktioniert. Das sieht wie andere Stahl. Das sind ja die einfach nur verarschen immer. Aber das ist jetzt keine Verarschung. Ich muss eh anpassen. Das ist doch nicht. Oh Gott! Oh mein Gott! Wuh! Wuh! Part Kевita! Hält gut. Voll cool aber. Lass aufhören zu leuchten. Danke. Ah, wenn man das beißt, kriegt's an? Nein. Hier darf man was kurz haben. Man kann sogar sehen, wie es gebaut wurde von hier. Bis 10 Minuten. Wie viele Minuten ist das? Sechs. Wir haben noch so einen Spindel. Wir haben gut, dass meine Mutter 2 gekauft haben, damit sie auch ein paar Kids sehen, wie das hier geworden war. Das kommt immer mit einer Spinne. Und es heißt, Giant Superweb. Over... Echt cool aus. Danke für dieses Episode zu sehen. von Unboxing. Sag in den Kommentaren. Wenn ihr noch mehr sehen wollt. Natürlich wird's keiner so etwas schreiben. Und tschüss. Aber wie ist es? Okay.